Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde am Showdown. Okay, diesmal wieder mit Missverheit und Red Skyline. Naja, ich hätte meine Axt nicht aufgehoben. Ach, hier ist die Spinne. Das ist doch toll. Ach ne. Die hatten wir gestern. Das ist der selbe Hunter, man. Ich muss mich noch erinnern. Was ist das? Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Was für ein Gemätschel. Ich bin in der Braum drin. Hallo, das hässliches Viech. Ich glaube. Alles voller Laternen hier. Hm. Ich bin in der Braum. 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 Und wo? Na oben. Ru comprende. Wie ist die Pengchlatte. Wo schieß denn hier einer? Ja, so. Ich würde mal hellen. Einer ist oben noch, auf jeden Fall bei uns. Mhm, jaja. Aber die andere Bounty ist auch gekommen, ne? Ja. Einer trau. Unter uns, halt. Einer, halt. Unter mir, unter mir. Ich muss mich heilen. Oh, scheiße. Und. Das Problem ist, dass hier außerhalb auch noch irgendwann da rumschwirrt. Vom anderen Team. Ist der nach oben, ja, ne? Mhm, einer ist nach oben. Daneben, bro. Brennt, knutzt ihn weg. Nein. Nein. Nein, nein. Vorsicht, da kommt auch was angelaufen. Okay. Ich muss mich heilen. Mhm. Ich hab sogar einen von denen angezogen. Das wusste ich gar nicht. Und mich gelootet. Mhm. Einer guckt. Ich hatte gehofft, der springt sich selbst in die Luft. Nicht ganz geklappt. Also, einer ist da draußen. Mhm. Ach so, weit weg. Okay, dann kann ich ihn ja auch. Ah, direkt neben dir. Hier. So, passt rein. In der Scheibe war einer. Ja, sind alle beide da. Also, einer unten, einer oben. Unten? Wo ist es ja, schön frei. Bleib mal hier oben. Bleib mal hier oben. Schade. Wo ist denn die Leiche hin, jo? Ja, der ist auch gestanden. Der ist rausgesprungen. Okay. Ja, guckt. Das ist doof. Dann wissen die, dass ich hier unten bin. Ich bin bei mir oben. Ich bin bei mir oben. Und eine Tür, eine Tür halt. Mhm. Ja, kommen wir noch da draußen. Kommt jetzt hier bei mir, glaube ich. Da ist immer noch da. Nee, ist immer noch da. Das ist doch nur da weg, oder? Nee. Bist du denn außerhalb? Mhm. Löffet draußen. Also, es ist nur noch der eine. Mhm. Oh, hier ist eine Kasse. Das musste sein. Da ist direkt vor dir. Genau. Shit. Läuft zu euch. Okay, sehr schön. Wollen wir alle? Ja. Ja, schön. Clear. Hier ist ein Geldsäckchen. Und irgendwo hier oben ist eine Kasse. Mit irgendeiner Hütte drin. Da, glaube ich. Ah. Oh, ist das ja safe. Ja, safe. Mhm. Haben wir jetzt alle Bounties? Ja, ja. Haben wir. Mega. Ich hab keine. Ich glaub, das hast du falsch verstanden. Nee, die andere Bounties haben wir jetzt auch, oder? Die haben wir auch, genau. Gab ja nur drei. Der hab ich überhaupt nicht mitgerichtet. Oh. Es wird dann auf jeden Fall nochmal zum Wagen. Hier oben. Hier rechts. Rechts ist auch einer. Ja. Ein Bündchen. Sprengstoffkiste, ne? Na, ich mach mal aus. Mal gucken, was drin ist. Nee, noch nicht. Noch nicht. Sprengstoffkiste. Nee, ist so ein Mist. Nichts weiter, oder? Nee. Hier ist nochmal vier Schusssägen. Das braucht keiner. Nee, das brauchen wir nicht. Na, gehen wir raus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Rechts raus. Rechts raus. Plus, die schusssägen. good're Oh! Schön den Shatterweg geballert. Schön. Schön der Start. Ich würde mich nicht sagen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018